Motor TV 22, wir sind hier in Ostersleben für das Rennen 1 und 2 im Jahre 2023 und hier im Hintergrund das Team von Engstler Motorsport Liqui Molle mit Luca Engstler, der junge Audi Werkspilot, der heuer in der DTM eingreifen wird und der Beginn hier in Ostersleben werden wir zwei spannende Tage für euch berichten auf www.tv22.tv Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Engstler Motorsport Liqui Molle mit dem Piloten Luca Engstler, der Audi-Werkspilot, der Junior, der hier das erste Jahr in der DTM bestreitet. Und wir wünschen ihm viel Erfolg für das Jahr 2023.